Dieses Video präsentiert Ihnen Eumedix. Eumedix Qualität entscheidet. Zusammenfassung über das EZ-PAP-System zur positiven Atemwegsüberdrucktherapie. Das EZ-PAP-System bietet eine Reihe von Vorzügen. Die Anwendung ist einfach zu erlernen. Es kann unabhängig vom Bewusstseinszustand angewendet werden. Es ist auf jede Patientin einschließlich tracheostomierter Patientinnen individuell einstellbar. Es erzeugt Überdruck sowohl beim Aus- als auch beim Einatmen, hilft Lungenvolumina zu normalisieren und verbessert den Sekrettransport. Es ist preiswert. Es ist einfach in Montage und Anwendung. Es ist klein und platzsparend. Es verkürzt Behandlungszeiten gegenüber anderen Therapien und es ist in Verbindung mit einer Aerosoltherapie verwendbar. Dieses Video präsentierte Ihnen Eumedix. Eumedix Qualität entscheidet.